Wieder gelandet. So, irgendwie sah das eben alles noch ganz anders aus, ne? Eben. Ah, okay. So, irgendwie. So, das trifft es so ziemlich genau, ja. Also, diese DMR, ja? Wirklich, äh, beste Waffe, würde ich sagen. Ich verteile Headshots am laufenden Band. Ich nehme, ich gehe jetzt mit der Klinge da vorne rein, ne? Tut mir leid. Ja, ja, mach einfach mal. Ich gehe unten lang. Also, ich versuche jetzt mal wieder, einen von unseren Kameraden hier zu befehligen. Mal gucken, ob die das machen. Au, ja, ich kann direkt einen Gegner zuweisen. Das ist ja lässig. Siehst du auch die rote Markierung? Ja, habe ich gesehen. Ah. Also, das ist wirklich richtig gut umgesetzt. Boah. Diese Klinge rockt richtig, ne? Genau, ich sehe das von der Ferne. Ich gucke dir dann alle Ruhe zu, weil ich sterbe immer so schnell. Oh, jetzt ist die Klinge leer. Verdammt. Verbraucht. Oh, okay, das war voll mit Absicht hier gerade. Ich habe schon diese fette Waffe hier bekommen. Ich weiß bloß noch nicht sicher, für was. Ich hebe die mir einfach mal auf. Vielleicht kommt dir ein Endgegner oder so was. Ja, gute Idee, gute Idee. So, die DMR, die ist so krass gut einfach. Das glaubst du nicht. Die macht guten Schaden, schießt extrem präzise und kannst damit halt wirklich... Klingt, was du da gerade hast, ne? Ja, genau. Aha. Es ist halt einfach so wie so ein, keine Ahnung, klassisches Scharfschützengewehr, würde ich sagen. Also so ein Squad-Scharfschützengewehr. Also mittelwertes Ganzen ein bisschen lange. Ich will demnächst auch mal was Neues suchen. Ich laufe hier nämlich die ganze Zeit rum mit der Standardwaffe vom Master Chief rum, aber es ist halt einfach so klassisch, ne? Ja, natürlich, natürlich. Aber ich wechsle die am laufenden Band, weil ich immer so ein bisschen Munitionsknappheit habe und auch Abfixionen haben. Hast du recht, ja. Ich schieße nicht, weil du rotzt mir die ganzen Gegner weg. Von denen kann ich relativ viel Munition sparen. Ist gut so. Munition ist teuer. Und rar. Also alles gut. Wir können ja auch mal sagen, haben wir am Anfang auch kurz, bevor wir die erste Folge gestartet haben, uns selber so ein bisschen gefragt, welchen Schwierigkeitsgrad wir nehmen wollen. So, ich habe das Gefühl für den... Okay, jetzt mal ganz kurz die Leute. Ah ja. Ich habe das Gefühl, für den Ralf könnten wir fast auf einfach spielen. Ja, genau. Aber eventuell wollen wir vielleicht trotzdem mal spaßhalber die nächste Mission dann auf schwer stellen. Ja, ist eine gute Idee. Also ich stelle mich einfach nur ein bisschen blöd an, weil ich mir einfach mal eine Deckung suchen muss. Aber ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad im Moment relativ entspannt machbar. Ja, eben. Das stimmt auch. So, ich kann ja mal gucken. Ich gehe jetzt mal kurz ins Optionsmenü, ob ich es live verändern kann. Oh, nee, erstmal nicht. Was ist bei dir auch gerade? Aua. Es ist weiß. Ja. Oder ich bin aus dem Vorgelaufen. Bist du abgestürzt, ja, ne? Ja, das war quasi aus meiner Sicht. Sierra 117 an Team Blau. Melde. Sierra 117. Kann mich jemand hören? Ja. Ja. Da war er allein. Okay. Also ich fände es jetzt cool, wenn man dann vielleicht sich aufsplitten würde jetzt und dann man zwar zu zweit gleichzeitig spielt, aber auf verschiedenen Stellen der Karte, das wäre auch mal witzig. Doch, schwer danach aus. Aber du siehst jetzt auch den Master Chief, oder? Ich sehe jetzt auch gerade die Firmen sich ganz mit dem Master Chief, ja. Aber ich denke mal nicht, dass sowas kommen wird. Also ich glaube eher, dass wir dann jetzt wieder an die Rollen von Locke und seinem Team schlüpfen werden. Ich hört Stimmen. Ich hört Stimmen. Die da gelandet? So, irgendwie sah das eben alles noch ganz anders aus, ne? Eben. Ah, okay. Dazu muss man wissen, auch wenn ich den vierten Teil nicht gespielt habe, dass Cortana sich im vierten Teil ja geopfert hat. Ah, okay. Und sie eigentlich jetzt gar nicht da sein dürfte. Also das ist jetzt das Mysterium dahinter so ein bisschen. Ah, okay. Das ist natürlich verrückt, ja. Ah, siehst du, das war eine Halluzination oder sowas. Ja, oder halt irgendwie so ein, ich weiß nicht. Okay. Ah. Jetzt, oh, es ist dunkel. Hübsch. Da ist die Mission, dann können wir reden. Licht an. Frederick, bringen uns auf Kurs zur Steuerzentrale. Rufe den Lageplan auf. Es gibt einen Fahrstuhl dahin, aber der Zugang ist vier Decks unter uns. Mag hier einen Weg. Man kann sich auch noch hinhocken, ne? Ähm, wenn man ist Deinsch, habe ich auch schon. Ich muss kurz überlegen. Natürlich die Lichteffekte hier im Dunkeln nochmal richtig zur Geltung. Ja, aber ich überlege, es sieht für mich gerade irgendwie so aus, als hätte ich keine Taschenlampe. Oh, jetzt habe ich eine. Doch, alles gut. Jetzt habe ich eine. Aber man kann die leider nicht ausschalten. Das fände ich noch cool, wenn man das so als Feature nutzen könnte, weißt du? Dass man so selber dann, wenn man einen Gegner sieht, sie kurz ausmacht, die Taschenlampe um sich so anzuschleichen. Wäre ziemlich geil. Aber die Lichteffekte haben ein bisschen Probleme, weil wenn ich alleine laufe, sehe ich die Taschenlampe. Wenn ich aber den Lichtkegel von jemand anderem sehe, ist meine Taschenlampe irgendwie aus. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich... Also ich glaube nicht, dass sie aus ist, aber irgendwie ist es dann... Ja, es ist komisch dann, das stimmt. Wie bei modernen Autos, das ist ein automatischer Abblendeffekt. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie wird das ganze Bild dann so ein bisschen hell, wenn man in den Lichtkegel von anderen reinläuft, ne? Das ist ein bisschen seltsam, irgendwie. Na gut, okay. So viel zu den technischen Feinheiten. Das hat gleich eine ganz andere Stimmung hier, das ganze Spiel. Und fast ein bisschen gruselig, finde ich. Du läufst links, ich gucke mir das mal gerade anders an. Da leuchtet doch irgendwas. Überall lang, ich habe ja schon wieder eine Aufsplittung von Wegen, ne? Eben, deswegen. Du bist links lang gelaufen, glaube ich, ne? Ich gehe jetzt einfach einen Gang weiter links, von dir lang, ja. Oh, ein Gegner. Oh ja, aber die sind alleine. Das ist lustig. Jetzt ist er wieder vor mir weggelaufen eben. So, dann gehen wir da den Gang wieder weiter. Dann sind wir anscheinend direkt nebeneinander. Kann man vielleicht die Gegner so ein bisschen flankieren, wenn man das so macht. Warte, mal kurz schicken, ob hier irgendwas ist. Ja doch, tatsächlich. Es gibt irgendwie mehrere Wege, die man laufen kann. Ich bin gerade abgestürzt und stehe zwischen einen Haufen Gegnern, die mich irgendwie noch nicht bemerkt haben, glaube ich. Ich bin hier gerade so runtergefallen. Nee, alles okay. Da hinten sehe ich dich irgendwo genau, alles klar. Ich fange einfach mal an zu schießen jetzt, ja? Mach das. Haha, damit haben sie nicht gerechnet. Oh, Alter, hier so eine Blendgranate ist natürlich echt die Hölle. Oh, keine Muni, keine Muni, alles klar. Bin da, alles gut. Ich schieße es einfach mit dem fetten Ding. Ach, wenn ich vorher nicht gestorben wäre, dann hätte ich mit dem fetten Ding geschossen. Oh, der hat irgendwie so eine Rüstung an, das ist doch Vorsicht. Danke, Kelly. Ah, ich kann mit meiner coolen Waffe, kann ich den Typen markieren und es ist dann zielgelenkt. Ah, nice, okay. Wo? Ja, so, ich die reinhaufe, die ja nicht, ne? Na gut, ich muss auch richtig. Irgendwie eine Rüstung an, oder was ist das? Ah ja, okay. Danke, Frederick, danke. Ja, so, ich brauche eine andere Muni, ne? Äh, eine andere Waffe. Gebt mir Waffen. Ja, das war's für mich hier. Möglichst viele Schüsse innerhalb kürzester Zeit, da treffst selbst ich was. Was hat Gott habe dir gesagt? Ich decke dir den Rücken und die anderen beiden helfen dir hoch, wenn du in dir fällst. Ja, genau. Dem alten Mann. Ich meine, der Master Schief hatte jetzt auch schon ein paar Einsatzjahre hinter sich, ne? Das stimmt, das stimmt. Um es in den weisen Worten von Alfred zu sagen, warum fallen wir? Um zu lernen, uns wieder aufzurappeln. Ja. Wundervoll. Alfred, das sagt. Ja, richtig. Ich meine, Alfred muss das ja wissen. Jäger, wir halten mit uns Schritt. Jäger sind die ganz Großen, glaube ich, ne? Was sind die Großen? Ich glaube, die Großen sind, glaube ich, die Jäger, oder? Die, obwohl, ne, ne, die heißen anders, das Typ, was sich da in den Abgrund da gehauen hat, das diese Brücke da zerstört hat. Links, Gegner. Ich hab's ehrlich gesagt gar nicht richtig gesehen in dieser Filmsequenz, was uns da untergehauen hat. Ja, das ist eins von diesen Riesenviechern, die haben aber einen speziellen Namen, das war aber definitiv nicht mich Jäger. Das sind diese Riesenviecher, die dann auch so mega fette grüne Strahlen rausschießen können und so. Ich bin da und so. Oh, haha, ich hab's gesehen. Alles live im Video. Endlich. Ja. Wurde mal Zeit, ne? Und wie fühlt es sich an? Äh, ungewohnt. Mühlig, ne? Aber man spürt so eine innere Ruhe, ja. Es fährt sich sehr schön an. So soll ich warm. Einfach mal liegen bleiben, genau. Wollte die ganze Taktik von eben nehmen. Ah, der Sack, der hat so Granaten in den Händen, deswegen muss man aufpassen. Boah, krass. Und der rennt dann auf einen zu und der explodiert, oder was? Ein Kamikaze-Alien. Oh. Durch. Boah, die Tür hat mich bewegt. Ich dachte, ich fahr schon wieder runter. Alles gut. Alles gut. Es ist ganz schön dunkel hier. Das stimmt. Aber ich find's ganz cool. Es hat wirklich mal ein bisschen... Ich glaub, Helo war nie so richtig süß da, oder? Find ich's nicht so. Nee, kann ich mich jetzt auch nicht bewusst daran erinnern. Das war echt ganz cool. Da kommen diese leuchtenden Schilde und die Waffe und so weiter. Da kommt dann ganz gut zur Geltung. Ich hab keine Waffe mehr. Alles gut. Wo sehe ich eigentlich... Ach, 12 Schuss hab ich mit dem Riesending noch. Wo rechts sieht man das, genau. Also das Teil ist echt cool. Das haut rein. Das ist, ne, so, 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 sagen wir mal, halb zielgesteuert. Scheiben wir hier. Ja, er ist down. Sehr gut. Ja, ich auch. Oh. Naja. Diesmal hole ich dich. Noch nie gemacht bisher. Ah, das ist ja cool gemacht. Hast du auch schon mal jemanden hochgeholt? Ähm, nee. Ich war ja der Einzige, der immer am Boden war. Okay. Ich kann ja beim nächsten Gerät absichtlich mal sterben. So wie vorhin. Das war ja auch pure Absicht. Klar. Und dann kannst du dir das mal angucken. Sieht echt cool aus. So mit dem Interface und sowas. Sieht echt hübsch aus. Also du bist dann auch wieder diese Holo-Ansicht auf deinem Arm quasi. Das ist die Vitalwerte von demjenigen. Und dann hast du so einen Ladebalken quasi. Sehr gut aus. Äh, ja, rechts oder links, ne? Ich geh mal links, wenn das links ist. Bleib ich hinter dir? Im Allianz Battle.net geht's heiß her. Ja, diese Schritte, ne, wenn die alles vibriert. Das sind definitiv die fetten Jungs. Oh, okay. Oh, da kommen Sprungschiffe. Siehst du es? Oh, ja. Aha. Oh, eine ganze Armada sogar. Nice. Richtig, richtig cool inszeniert auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde immer ein bisschen mehr drauf achten, wenn ich irgendwo lang laufe. Ob du auch hinter mir bist. Habe ich bisher nicht so sehr gemacht. Alles gut. Ich auch nicht. Ich bin ja auch ein bisschen so vorm... Oh, Magnum mich hingelatscht. Oh, eine schöne Waffe, ne? Normale Waffe. Willst du hier, oder? Ne, ne. Hier liegt aber eine Menge, um die habe ich noch nicht benutzt, glaube ich. Was nutzt du schon schnell damit? Damit komme ich gut klar. Das ist, glaube ich, nicht. Das ist egal. Ich benutze trotzdem erst. Abwechslung. Du hast sogar auf mich geschossen? Ne, ich habe einfach so geschossen. Ach so, ne, ist klar. Gut. Nicht direkt mit dem Ziel, dich zu töten oder so. Laborzugang, siehst du mal. Ich öffne mal die Tür, ja? Ja, ja, klar. Ich bin da. Ich warte bereits. Ich kenne auch glücklicherweise den Zugangscode. Boah, echt? Boah. Gut, dass wir dich dabei haben. Auf den Allianz-Kanälen unterhalten Sie sich über Julien Dama. Da unten wieder nach einem dicken Schlachtfeld aus. Ich lebe mich total an Alien Isolation. Ich stehe in dem Fahrstuhl. Hab ich tatsächlich nicht gespielt? Oh, das ist einer von denen. Das ist einer von denen, genau. Aber er steht zum Glück hinter der Scheibe. Da kann uns nichts passieren. Oh, äh. Und die Türen gehen auf. Wäre auch zu... Nicht nur einen, ne? Da ist noch ein zweiter dahinter. Ja, und... Blei... Hier siehst du, die bleiben nämlich stehen. Hau'n an diese fetten Dinger doch. Echt? Ja, Alter. Ich hätte nicht mit gerechnet. Krass. Zu der... Ja, das ist schon reingelaufen. Gründenbewegung bleiben. Auch den Canyon kümmert sich um dich. Aber ich hab zum Glück noch dieses fette Ding hier. Ich hab auch noch mal eine DMR. Auch noch mal gut zum Einsatz setzt. Oh, shit. Ich hab' da schon gucken ausweichen, ne? So, ich sag' denen jetzt mal, die sollen den Rechten angreifen. Richtig auf die Linken die ganze Zeit. Dann machen wir erstmal den Rechten. Das ist okay. Das beim jetzt auch rot markiert. Genau, den hab' ich jetzt mal... Den hab' ich jetzt markiert. Genau. Ich merke irgendwie gar nicht, dass ich den treffe. Also es gibt irgendwie kein Rekord bei dem, oder? Ähm, der hat diese linke Faust, die verwendet er wie ein Schild. Ach ja, genau. Und diese Ramp-Attacke haben die Jungs eh. Das ist auch ein großes Problem. Deswegen muss man die eigentliche Besten von hinten oder so erwischen. Okay. Okay, dann versuche ich den zu flankieren. Genau. Flankieren mal. Ich lenke... Also ich lenke... Entschuldigung. Der dreht sich in mich ab. Der linke. Schau mal. Achso. Jetzt machen wir den erstmal. Okay. Sorry, sorry. Weil der war jetzt gerade hier mitten... Wir müssen erstmal Kelly hochholen, sonst hat das alles keinen Sinn hier. Geh zu ihr. Die haben aber ziemlich viel Energie, aber leider auch keine Energiewalte, ne? Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ey, ähm, wo bist du? Hier, okay. Ich werde den von hinten mal... Ich werde den von hinten laufen und versuchen von hinten anzulegen. Ja, den einen haben wir down. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, ich bin jetzt zwar down, aber... Wir machen das schon, aber du liegst da auch in einer sehr ungünstigen Ecke. Ich weiß. Ah, wir haben ihn sehr gut. Gut. Ich glaube, ich unterschätze das Spiel noch so ein bisschen. Jetzt wollte ich dich eigentlich wiederbeleben, aber ich habe es beim anderen gesehen. Also, alles gut. Sehr gut. Das sah nett aus, ja. Schade, lassen wir die großen Waffen von diesen Typen nicht. Ja. Sie sehen ja auch aus wie ein einziges großes Geschwür, ne? So. Aufbrechen? Ich kann jetzt so ein Kanister aufbrechen. Reaktorzugang, genau, mach doch mal. Dabei. Jetzt nochmal so ein Vieh raus. Ach ne, jetzt bewegt sich das Ding und wir müssen da wahrscheinlich unten reinklettern. Das ist immer gut, in so einen Reaktorschacht runter zu klettern, in dem man nichts sieht. Ja, auf jeden Fall. Reaktorraum voraus. Trage ich mich, ob man auch die anderen hätte aufbrechen können, weil ich habe gerade einfach nur wahllos bei dem geguckt, wo ich gerade davor stand. Also, ich habe gescannt, ich habe auch nur den einen gesehen. Achso, okay. Gut, ich habe jetzt... Oh, da ist so eine Tür. Das darfst du machen. Willst du das machen? Ja, das mache ich gerne. So. Rennen! Ah, ne, ich muss erst mal anlaufen. Ne, weil ich gerade... Ja, rennen, rennen. Ja, siehst du mal. Sieht ein bisschen unspektakulär aus, finde ich von außen. Weil du so irgendwie so... Man rennt doch ziemlich langsam an. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man eben erst eine gewisse Grundgeschwindigkeit aufbauen muss und dann erst rennen kann. Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam. So, ich habe keine Mund mehr auf meinem Schafschluss. Ich werde jetzt mit runterhütteln. Okay, ich komme zu dir. Das wollte ich ja gerade machen. Die Reaktorsteuerung ist auf der anderen Seite. Schaltet die Alice aus und halte die Steuerung. Oh nein, hat er natürlich nicht. Granate! Also sehr witzig ist echt, wenn du mit dieser Klebegranate wirfst und du triffst wirklich einen Gegner. Das ist so lustig, weil die versuchen dann zu fliehen und das Ding klebt hinten an ihrem Rücken. Das ist echt... Muss ich mal direkt ausprobieren. Das ist echt witzig. Das ist natürlich nicht angekommen. Wenn ich jetzt hier eine andere... Oh, endlich eine andere Laufwaffe. So, okay. Das ist auch ein PvP, nämlich echt witzig. Also wenn du genau weißt, dann super. Jetzt hat er sie erwischt. Oder andersrum bestimmt auch, wenn ich dann noch irgendwie versuche. Oh man, ich treffe echt keinen mit dieser Plasma-Waffe. Ich bin zu unfähig. Ja, habe ihn gefaustet. Wolltest du nicht das englische Wort benutzen? Nein, nein. Ich spiele die auf einem deutschen YouTube-Kanal. Okay. Ich weiß gar nicht, was heißt es denn auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, schön. Netter Versuch. Netter Versuch. Aber es hat richtig gehört, wie du mir überlegt hast. Ja, ich habe kurz so... Äh, nee, Moment. Das wäre schön, so ins Fettnäpfchen rein, ne? Ja. Aber da unten ist ganz schön was los. Ja, auf jeden Fall. Ey, jetzt hätte ich gerne so eine Klinge wieder, ne? Ich hätte gerne so eine Wurfklinge. Es gibt auch noch Wurfklingen? Ja, in Destiny. Ach so. Ja gut, okay, stimmt. Haha. Brau mich mal einfach da runter, ja? Ja, ich glaube auch irgendwie, ich muss noch ein bisschen mehr in den Nahkampf. Das ist ja Blödsinn hier. Master Chief versteckt sich da oben. Das ist ja... Ja, echt mal. ...eine Schande. Äh, ach nee, Wax spiel ich. Ich bin eigentlich eine Frau gerade? Ich glaube, ich bin eine Frau, ne? Äh, meinst du? Ich glaube, es gibt in jedem Team zwei Frauen und zwei Kerle, wenn ich ihn richtig entsinne. Oh, ich bin down. Wo das Problem ist, wir haben ja... Bei den anderen haben wir ja die Gesichter gesehen, bei denen sehen wir es ja nicht. Das ist ja noch... Man sieht so ein bisschen... Ah, ich heiße Frederick, ich bin wahrscheinlich doch ein Kerl. Das stimmt, macht wiederum Sinn. So, weil die... Das Team Blau, mit dem der Master Chief hier unterwegs ist, das sind ja quasi noch die Original-Spartans, ja? Also diese ursprüngliche Entwicklung. Ah, okay, das sind auch alles Kerle wahrscheinlich. Kann ich jetzt wiederum nicht hundertprozentig sagen, aber... Obwohl, ne, die eine sah aus wie eine Frau, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Doktorin, die wir da vorhin, oder diese Professorin, die wir gerettet haben, das ist ja diejenige, die für das Original-Spartan-Programm eben zuständig war. Ah, okay, natürlich praktisch, wenn man eben hat, dass er sich da wirklich mit auskennt. Und das Problem ist ja, oder warum sie dann jetzt eben auch gejagt wird, ist ja, dass sie damals im Endeffekt ja Kinder aus Familien rausgeholt hat, die quasi mehr oder weniger entführt hat und die dann eben zu Spartans weiterentwickelt hat. Oh, shit. Ich bin da auch nicht direkt. Neben mir war gerade ein Gegner. Ja. So, aber... Wird sich um dich schon gekümmert, siehst du? Super. Die Ränder... Ihr macht sogar ganz guten Job, weil witzigerweise, der Kelly hat dich wiederbelebt und hinter euch war nämlich ein Gegner und den hat dann mal eben hier Frederick erledigt. Ah, sehr gut. Ja. Das sah bei mir eher so aus, als wenn Kelly wirklich blindlings direkt auf mich zugerannt wäre, um mich da rauszuholen. Ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Ganz genau. Oh, ey, ich bin zu unfähig, diese Granaten zu benutzen, das muss ich mal so sagen. Also, schrecklich. Oh, sorry. Da wirst du mir bei weitem voraus mit deinem Skill... Ja, das sieht man auch daran, wie oft ich am Boden liege. Ich meine, was die Granaten angeht. Achso, ich weiß zumindest für was sie sind, das heißt noch nicht, dass ich sie auch so einsetzen kann. Achso, okay, ich dachte. Also, ich weiß, was sie auslösen würden, wenn ich sie theoretisch an den Gegner heften könnte. Okay, das ist schon mal gut. Theoretisches Basiswissen, genau. Genau, das ist der erste Schritt. Ach, hier. Öfter den Scanner einsetzen, mittlerweile habe ich es raus. Reaktorsteuerung. Ich aktiviere sie mal. Ne, ich überlade sie. Schwupp. Das sah auch sehr eindrucksvoll aus, so, von der Seite. Ja. Wie du so zweimal auf diesen Bildschirm getippt hast, also... Ja, das ist auch, ähm... Man muss halt auch wissen, was man in so einer Situation tun muss, ne? Weiter zum Hader. Adelwerfer, häller. Ich denke, das UNSC hat bessere Sicherheitsprotokolle als die Allianz. Wir können es stoppen. Auf den Reaktor. Auf den Reaktor? Wenn er verlegt wird, sollten wir mitgehen. Ah, und das sollten wir dann aber vielleicht auch im Video Nummer 4 machen. Was hältst du davon? Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist völlig richtig. Das Ganze weitergeht, das wird man wahrscheinlich erst im nächsten Video dann sehen. Irgendwas mit dem Reaktor auf jeden Fall. Ich habe so den schweren Verdacht, dass wir mit diesem Reaktor irgendwie rausgeschossen werden. Ich denke mal, das finden wir alles in der nächsten Folge heraus. Man weiß es nicht. Alles klar, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns riesig. Das macht auch bisher, muss ich sagen, es macht echt Bock. Es ist richtig gut, ja. Also ich habe auch ordentlich viel Freude an dem Spiel. Ja, gut. Dann erstmal Tschüssi Kowski, ne? Ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.